Freunde, ganz kurz bevor die Folge anfängt, wir haben uns in dieser Folge über den Motorradunfall unterhalten, den Pete einst hatte und sprechen hiermit eine Triggerwarnung aus, weil es dann doch ein paar Details gibt, die so ein bisschen an die Substanz gehen könnten. Und wenn ihr da irgendwie Ähnliches erlebt habt, dann überlegt euch vielleicht, ob ihr da mal eine halbe Stunde vorspult oder euch vielleicht sogar die Folge überspringt. Ansonsten viel Spaß und let's go! Oh, das war dieser TikTok-Song, Mann. I'm sad, I want to see you in this door. Der ist so eine krasse Stimme gewesen, ne? Muss man wirklich mal sagen. Ich finde eigentlich die Idee auch ja nicht so schlecht, den Leuten jede Woche so einen kleinen Ohrwurm mitzugeben. Oh ja. Das ist so fies, ne? Wenn du einfach so und dann stopp. Du musst, also ich bin ja professionell, weil dieses Ohrwurm-Business betrifft, ne? Ich weiß ja, ich weiß, was jetzt kommt. Leute sind ja, was kommt denn jetzt? Dass du die letzte Note nicht machen darfst, damit sie zu Ende sind. Ja, da haben wir schon mal drüber geredet, genau. Und ich werde ja überall gehasst dafür, dass ich Ohrwürmer verbreite. Bin aber auch selber oft Opfer, Ohrwürmer. Norm verteilt keine Nackenschellen, sondern er verteilt Ohrwürmer, Alter. Bruder, wenn es Stress gibt, ich komme und mache dir einen Ohrwurm, Alter. Ja, was ist los, was ist los? Richtige Foltermethode. Ich würde auch sagen, dass wir dann nachher, wenn die Folge durch ist, einfach so, die Leute haben ja jetzt den Ohrwurm drin und dann so zum Kotzen, die stehen jetzt gerade so, machen ihre Dinge und dann so. So, und dann denken sie aber nach einer Stunde, denken sie so, Alter, ich habe es geschafft. Ja. Und dann machen wir am Ende, gehen wir nochmal mit. Nice. Okay. Ja. Gut, na dann, sitzt du entspannt, wie hättest du dir? Gut, und hast du heute deine Erdnüsse mit Schoko über zu? Ich muss ehrlich sagen, ich lag immer im Krankenhaus eine Zeit lang und die Dinger erinnern mich total an meine Krankenhauszeit. Ah, schön. Weil ich in der Krankenhauszeit süchtig nach diesen Dingern war. Da musste mir jeder, musste erst mal Zoll bezahlen, Alter, bevor er in mein Krankenzimmer reinkam. Da musste ich nämlich erst mal eine Packung M&M's mitbringen. Abgefahren. War ich richtig süchtig danach. Da fällt mir übrigens zu dem Krankenhausthema gerade was ein. Aber ich würde jetzt erst mal die Musik langsam kommen lassen und dann die Leute begrüßen, weil heute darf ich ja, ne? So sieht der aus. Also, aber könntest du bitte mir eingefallen tun? Ja. Kannst du bitte trotzdem das Einstiegsgeräusch übernehmen? Weil das ist, glaube ich, eine Sache, so weltbedingt noch nicht. Okay. Kein Problem. Na dann. Man muss ja langsam rangeführt werden. Ja. Wichtig ist, dass man die Flasche vorher oben so dreht am Datei bei Werner gelernt. Oder wollen wir beide zusammen versuchen? Wir probieren es mal. Okay, bei drei? Auf drei oder eins, zwei, drei? Eins, zwei. Okay, also auf drei. Eins, zwei. Mein Gesicht. Oh, krass. Ich habe so richtig... Mein Gesicht wurde ganz voll gespritzt. Aber der hat gut gefloppt, Alter. Dann hau mal raus. Freunde, liebe hübsche Söhne, innen und innenen. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge Hübsche Söhne, dem Besten, Beste-Freunde-Podcast auf ganz Spotify und auch bei Apple Music, dieser Amazon-Podcast-Whatever-Podcast. Mir gegenüber mein wunderbarer, gutaussehender, allerbester Freund Piet. Meine Stimme kommt aus dem Körper von Norman. Und wir begrüßen euch bei einer neuen Stunde fröhliche Sonne und Heiterkeit der beiden BFFs. Siehst du, ich muss auch hier aufpassen, dass ich loslasse. Das Lustige ist, das klang für mich wie die Abmoderation, nur rückwärts. Nur als Begrüßung, ey. Das ist total krass. Es klang exakt bei deiner Abmoderation, nur halt irgendwie mal andersrum. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich mich wohler fühle. Ob ich mich in der Abmode wohler fühle oder in der Anmode. Wofür fühlst du dich denn wohler? Ich glaube, ich bin da einfach an dem Punkt, wie auch oft im Leben, ist man ja dann irgendwie so ein Gewöhnungstier. So, man gewöhnt sich an alles und stellt sich auf diesen Modus so ein. Und ich glaube, das ist jetzt heute die 60. oder 61. Folge, die wir aufnehmen. Weil die übrigens sehr krass ist. Und ich habe ja gefühlt 60 Folgen lang quasi die Anmoderation moderiert. Und da habe ich mich halt drauf eingestellt. Also wärst du schon eher dafür, das wieder nächste Woche... Vielleicht sollten wir das Moni entscheiden lassen. Ja. Weil wir machen auch, und das merke ich, wir machen uns zu viel Gedanken um einen kleinen Kram, der uns ja nicht starniert. Ich finde, Moni sollte einfach jetzt passend zu der Folge mal eine Umfrage starten. Wer denn in Zukunft die... Ich meine, es gibt ja drei Optionen. Also, entweder mache ich die Anmoderation, du machst die Abmoderation... Also, es gibt eine Option. Ich mache die Anmoderation, du machst die Abmoderation. Ja. Andersrum wäre, du machst die Anmoderation und ich die Abmoderation. Oder, und jetzt wird es richtig wild, wir wechseln einfach immer durch. So einfach, so wie jeder Bock hat. Dann gibt es aber noch eine vierte Option. Wir lassen es. Dann gibt es noch eine fünfte Option. Und zwar, die fünfte Option ist dann, du machst die Anmod und die Abmod in einer Folge und in der nächsten Folge mache ich die An- und Abmod. Also, quasi, es gibt so einen Folgenhost. Aber das klingt doof. Nee, ich glaube, wir müssen da ein bisschen drauf aufpassen. Ich glaube, wir beide funktionieren wie so eine gute Boyband. Ja. Es gibt ja in den Boybands immer so diese verschiedenen Charaktere, so, in die man sich verlieben kann. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Anmoderation, wenn ich jetzt Only quasi der Folgenhost bin, die auch an- und abmoderiert. Und dann sind deine Fans, die sich in dich verliebt haben, bekommen dann vielleicht einfach zu wenig von dir. Lass mal ganz schnell, lass mal kurz die Boybands ganz kurz durchgehen und festlegen, wer wer ist. Tokio Hotel. Wer bist du von Tokio Hotel? Der Drummer. Ah, der wäre ich auch gerne. Scheiße. Ich glaube, da bin ich am Ende Bill. Aber ich finde den am sympathischsten einfach. Bill ist der, der mit Heidi Klum jetzt zusammen ist, ne? Nee, das ist Tom Kaulitz. Ach so. Scheiße. Aber Bill Kaulitz finde ich ursympathisch. Mit dem würde ich gerne mal irgendwie Bierchen trinken und schnacken eine Runde. Okay. Okay, ganz schnell. NSYNC. Justin Timberlake, Alter. Okay, bei NSYNC wäre ich, glaube ich, der andere. Wer ist der andere? Na, der andere Leadboy. Der, auch so ein dunkle Haariger, hieß ja auch Brian, wie bei den Backstreet Boys. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Oh, Brian. Also so ein Typ mit dunklen Haaren, der auch Stimme hatte, der auch krass singen konnte. Backstreet Boys. Da gab es diesen einen wilden. AJ. AJ, Mann. Ja, der würde ich, du bist ja AJ. Da bin ich auf jeden Fall auch Brian. Der mit den krassen Kiefermuskeln, Alter. Genau, der bin ich. Ja, Spice Girls? Habe ich dich kurz verwirrt? Nee, nee, Spice Girls finde ich gut, dass du jetzt auch ein paar Girlbands bringst. Spice Girls bin ich und maybe. Maybe. Ja, das kommt. Wo du eher Ginger Spice wärst. Ja, da stimmt eigentlich, du hast recht. Ja, du? Ja, klar. Sporty Spice. Sugar Babes? Boah, Sugar Babes, Alter. Boah, in die war ich auch richtig doll verknallt, ey. Sugar Babes. Weiß ich aber nicht, ich glaube, ich fand die alle toll. Die Blonde, die fand ich super. Ich wäre gerne die Blonde. Take Z. Oh, Take Z ist voll an mir vorbei, ne? Bei mir auch. Ich kenne nur dieses eine Video von dem, wo die im Regen tanzen mit den Wollmützen auf dem Kopf. Take Z, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Ich glaube, ich wäre dieser Mark irgendwas. Der wäre ich, glaube ich. Dann wäre ich Marky Mark. Marky Mark war nicht bei Take Z. Nee, weil der hat auch eine Boyband. Oder eine Band. Oder eine Gruppierung an die Musik. Marky Mark war so. Marky Mark und the Frankie Bunch. Okay, achso. Good Fabrician. Gab es noch irgendwelche Boybands? Also Ass5 mit, Ass5 ist doch mit Jay Khan gewesen. Ich habe keine Ahnung, Boybands, Alter, wen gab es denn noch? Oder wo war denn der Ex-Mann von Mark Terenzi? In welcher Boyband war der denn? Der Terenzi ist, Alter, keine Ahnung. Ohne Scheißgründe. Ich mache mal kurz den Cheater. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ach komm, ey. Der Handyverbot im Podcast. Komm, lass. Nee, wieso denn Handyverbot, Alter? Wir sind doch voll nah an der Zeit. Hast voll recht. Lass mal auf den Sager ein bisschen scrollen. Wir machen einfach mal eine Folge. Lass mal ein bisschen und wir checken, was gerade so auf TikTok geht. Nee, aber guck mal, die 10, wir machen das Ding jetzt schnell durch. Wir machen schnell den Sack jetzt zu. Ich mache jetzt mal ganz schnell die 10 erfolgreichsten Boybands. Ich hau jetzt zum Beispiel die 10 erfolgreichsten Boybands schnell raus und dann... Ja, ja, komm. Gib mal. Die Folge geht voll in die falsche Richtung. Hast du immer noch nicht? Was sind denn die 10 erfolgreichsten Boybands? One Direction so, Punkt. Ja, okay. One Direction, keine Ahnung, Alter. Scheiß Webseite. Das Krasse ist, ich habe gestern im Radio gehört, dass One Direction, dass die die Künstler von dieser Band mittlerweile alle so alt sind, dass sie schon verheiratet sind und Kinder haben. Und dann habe ich mich richtig alt gefühlt und dachte, fuck, als One Direction rausgekommen sind, da war ich ja eigentlich schon in einem Alter, wo ich mich nicht mehr vor Boybands interessiert habe. Weißt du, was ich meine? Die hatten doch diesen Key-Song von Keiner Hasen, ne? Keine Ahnung, nee. Doch, doch. Dann habe ich das jetzt verwechselt. Hä, One Direction, sind die mit Apologize oder was? Waren die doch, oder? Das war ein anderes Lied, oder? Das war Timmerland. Aber war Timmerland nicht mit dabei? Alter, wir verfangen uns komplett. Was ich zu deinem Krankenhausaufenthalt noch sagen wollte. Genau. Dein Jahrestag nähert sich wieder diesen Freitag, ne? Ja, krass. Dein zweiter Geburtstag. Wie gut, dass du das sagst. Krass, ich habe das mittlerweile jetzt schon fast, ist das schon ein bisschen weg, so aus dem Gedächtnis. Aber cool. Gut erfahren. Ist eigentlich ganz gut, dann kann ich die Leute nochmal dran erinnern, kriege zweimal Geschenke. Ich habe, ehrlich gesagt, mich immer gefragt, und ich glaube, ich habe dich doch schon mal gefragt, aber ich frage dich heute nochmal, weil der Podcast der nackten Nüsse ist, was auch wiederum sich der Kreis schließt mit deinen Erdnüssen, die du heute frisst, hier in der Folge, deinen Schokonüssen, wie gehst du eigentlich damit um, wie fühlst du dich eigentlich mit diesem Geburtstag, ist das für dich, wenn du daran, also, versuch mal so ein bisschen so einen Fragenkatalog daraus zu machen, du kannst mir dann gerne eine schwammige philosophische Antwort geben. Ist das so, also erstens, mich interessiert irgendwie, fühlt das sich wie ein Geburtstag an, oder ist das eher so ein Erinnerungstag, und wenn ja, hast du das Gefühl, dass dieser Tag für dich wichtig ist, und dass du den brauchst, dass der irgendeinen Stellenwert hat, oder ist das mehr so, dass die Leute um dich herum dich nicht daran erinnern, und du dir so denkst, ja, eigentlich ist das für mich jetzt nicht so relevant, dass dieser Tag existiert. Also, was bedeutet dir dein zweiter Geburtstag, für die Leute, die es nicht wissen, der Tag, an dem du von den fast von uns Gegangenen wiedererweckt worden bist, nach dem Motorradunfall, den du hattest? Ja. Also, ich muss, ich will da jetzt ja nicht so ein Riesending, also, doch, wir können da gerne ein Riesending draus machen, indem wir da viel drüber reden. Kannst du da ein großes Ding draus machen, oder ist das für dich eine schmerzhafte Erfahrung, die du eigentlich lieber wegdrückst, oder kannst du damit gut? Genau, auf den Punkt wollte ich gerade kommen, also, ich kann da richtig viel drüber sprechen. So, ich kann da alle Fragen, die irgendeinen interessieren, kann ich da beantworten, und ich hab da auch nie, nie ein schlechtes Gefühl, wenn ich darüber spreche, im Gegenteil. Ich hab da eine sehr, eine sehr positive Verbindung sogar zu dem Tag, weil irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber es war, es war schon eine ziemlich krasse, schöne Zeit. Also, schön nicht im Sinne von, man sitzt in der Finca auf Mallorca und lässt sich den Bauch brutzeln, schön, sondern schön im Sinne von, da waren ein paar richtig schöne, krasse Erlebnisse dabei, die einen fürs Leben irgendwie, die man so mitnimmt. Also, so ein Demut, Dankbarkeitsgefühl, oder was? Ja, sowas wie zum Beispiel, was man alles ertragen kann. Okay. Was du halt körperlich irgendwie ertragen kannst und da trotzdem heil aus der Nummer rauskommst, ne? Und auch, ähm, dieses, wie viel, mein, wie, wie, Geduld und Warten, glaube ich, ist auch noch so ein Ding. Ich glaube, das betrifft es ganz gut, weil... Macht das, macht das kurz Sinn, den Leuten nochmal so ganz kurz, um zu sagen, was passiert ist? Ich meine, wir haben das zwar schon mal erzählt, glaube ich, aber mach mal eine Kurzfassung. Dann ist das heute die Folge da drüber, ist ja kein Problem. Okay, ähm, genau, also das war, äh, 2007, ne, 2007 am 29. April, ähm, ich muss das ja wissen. Ja, warte. Ähm, da hatte ich einen Motorradunfall und, äh, selbst verschuldet, einfach, bin ich ganz ehrlich, ähm, so richtig schön, jugendlich, ähm, ich bin der Held der Straße und viel zu schnell gewesen und bin damals, äh, mit fast 200, äh, kmh gegen einen Baum geknallt mit Motorrad und hab mir damals dann, äh, komplett, äh, links Bein, Oberschenkel, Hüfte, dann Beckenbereich, äh, und dann alles, was da im Beckenbereich auch noch so rumwohnt, ähm, alles komplett zerstört und gebrochen und bin doch tatsächlich dann laut den Aussagen von den Notärzten, äh, mussten sie mich dreimal, zwei oder dreimal wiederbeleben mit so einem Defibrillator, weil das Herz stehen geblieben ist, weil, äh, ich ja, ich einen offenen Bruch hatte, ich mach's jetzt auch gar nicht so tief, aber auf jeden Fall, ja, der Blut kam oben rein und lief unten sofort wieder raus und das war alles nicht ganz so schön, also war schon ein sehr kritischer Zustand und da folgte dann auch, ich glaub, die erste OP damals im Krankenhaus und nach dem Unfall waren so 10, 12 Stunden die erste OP. Und dann lag ich, ähm, um das Setting kurz zuzumachen und dann lag ich noch, glaub, zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen im Koma. Im Künstlichen muss man aber dazu sagen, ne? Was ich so krass finde, ich versuch mal zwischendurch kurz ein bisschen einzuspringen, weil, äh, erstmal die, die Perspektive aus meiner Sicht, der das irgendwie mit, also nicht miterlebt, den Unfall hab ich nicht miterlebt, sondern ich habe quasi nach dem Unfall die Zeit miterlebt, ähm, ist ja auch, ist ja eigentlich auch eine krasse Perspektive und ich muss sagen, dass jedes Mal, wenn, wir haben ja noch, also wir reden ja nicht ultra viel über diesen Unfall, also so richtig haben wir das noch nie richtig breit. Ja, aber noch, aber nicht, weil wir das irgendwie doof fanden, sondern weil es irgendwie dann nicht mehr das Thema war. Genau, und ich hab manchmal das Gefühl, jetzt, wo wir ja so ein bisschen so eine krasse neue Offenheit, äh, erlangt haben, da würden mir nochmal tausend andere Fragen quasi einfallen, die ich dir bisher noch nie dazu gestellt habe. Kannst mich alles fragen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass immer wieder, wenn du die Geschichte erzählst, immer wieder so neue Informationen für mich dazukommen, die ich entweder vergessen habe oder mir nicht klar waren oder mir, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass du mit einem Defi wiederbelebt worden bist. Für mich war immer nur die Aussage, du wurdest wiederbelebt, ne? So, und du kriegst dann irgendwie, wenn jemand sagt, ich wurde wiederbelebt, dann kriegst du halt so ein Bild im Kopf, was so Hollywood-mäßig ist und das kann alles sein. Von einem Typ, der dir irgendwie so eine Herzmassage gibt und auf deinen Brustkorb rumhämmert, bis hin zu irgendwie, wie du in so einen Krankenwagen reingeschoben wirst mit einer Atemmaske, keine Ahnung, tausend Sachen, ne? Aber dass, dass dann so ein Defi ins Spiel, so ein Defibrillator ins Spiel kommt, macht es jetzt quasi noch, gib mir nochmal ein neues Bild, wie du da lagst. Krass. Und auch, dass die OP zwölf Stunden gedauert hat, ist eine Sache, die mir gar nicht klar, das war mir gar nicht bewusst. Das heißt also, als ich ins Krankenhaus kommen durfte, zu dir damals, warst du ja von der Intensivstation schon weg, weil ich konnte ja, durfte ja nicht zu Intensiv kommen. Ja, ich weiß gar nicht, wann warst du denn das erste Mal bei mir? Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, das ist wieder so ein Erinnerungsproblem bei mir, ob ich doch auf die Intensiv kommen durfte oder ob ich irgendwie von außen reingekommen durfte, ich glaube, durfte bestimmt nicht rauf, aber ob ich da war und von außen einmal reingeguckt habe, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Meine Veränderungen sind da so ein bisschen verschwommen. Du warst ja mit meiner damaligen Freundin sehr cool. Ja. Ne? Ja, die rief mich dann, also sehr cool ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fast noch ein bisschen zu übertrieben. Ja, aber ihr kanntet euch gut. Wir kannten uns gut und genau, es war so ein gutes Verhältnis. Aber ich, mit sehr cool meinte, man will ich gar nicht falsch verstehen, sondern damit will ich sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht so cool miteinander, dass ich, als sie mich anrief, nicht sofort wusste, was los war und das war krass. Ah. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Wir waren jetzt nicht so eng miteinander, dass sie mich ständig anrief und ich irgendwie so ganz normal ans Handy rangegangen bin und so, ja, ja, alles klar, was geht, sondern so, mein Handy hat geklingelt, ich habe ihren Namen auf dem Telefon gesehen und ich habe sofort in dem Moment, wusste ich sofort, so, alles klar. Krass, die ruft mich sonst nie an. Ja. Ja, ja, verstehe. So, der halt, ne? Also natürlich nicht in welchem Ausmaß, ich bin ja kein Häsier, aber es war, ich hatte sofort irgendwie so ein Gefühl, dass irgendwas passiert ist. Und, naja, ich will jetzt gar nicht so lange von mir phasen, ich wollte gerade nur sagen, dass mir gar nicht so bewusst war, wie schlimm das war damals. Ja. Zu dem Zeitpunkt, so, ich bin reingekommen ins Krankenhaus, du warst wieder wach. Ich habe sofort angefangen, bloße Sprüche zu reißen, wir waren wieder, ne, so, hi, hi, was machst du denn hier? Ach, na, du auch hier? Ja, ja. Und, äh. Wo erwisch ich dich gerade? Genau, wo erwisch ich dich denn gerade, Mensch? Ja. Und jetzt im Nachhinein, wenn du mir dann sagst, so, Alter, du wurdest da mit dem Defi wiederbelebt, äh, zwei, dreimal, die haben dich zwölf Stunden operiert, etc., dann, ähm, ist das schon mal ein neues, bedrückendes Gefühl, Alter. Ja, da muss ich aber auch dazu sagen, das ist tatsächlich aber auch immer eine Geschichte, ähm, so dieses, dieses Schwere dahinter, also wie schlimm die Verletzungen eigentlich waren und wie kritisch der Zustand eigentlich war, das vergesse ich selber teilweise sogar. So, ich erwische mich dann immer dabei, wie ich dann so darüber rede, so, ja, naja, ich hatte einen Unfall mit, äh, 21 und, ja, war halt doof, so. Ja, offener Oberschenkelbruch, bla, ja, 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 also man erzählt halt so, wie als würde man sagen, so, ey, neulich beim Fußball bin ich hingefallen, hab mir das Handgelenk gebrochen. Naja, verstehe. So, ähm, aber dann ist halt bei meinen Eltern, ähm, manchmal so, äh, ich unterhalte mich mit meinen Eltern dann manchmal auch noch darüber. Ja. Und, äh, meine Eltern haben immer noch einen Satz, so, ey, sei dir mal darüber im Klaren, dass der Arzt anrief und zu meinen Eltern am Telefon meinte, so, äh, Frau Reichboot, wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob ihr so in die Nacht über steht. So, und diese Aussage gab's halt wirklich. Und, ähm, das ist natürlich was, was ich gar nicht miterlebt hab, ne? Also ich bin halt, hatte halt den Unfall, lag dann halt da, ähm, so halb auf Jumm im Wald und hab halt irgendwie noch durchgehalten, bis die, bis die Notärzte kamen und ohne den einen Kollegen, der damals mitgefahren ist, wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert, muss man mal dazu sagen. Ohne den hätte's nicht geklappt. So, der hat damals, ähm, der hat damals so geistesgegenwärtig, ich, voll krass, der hat nämlich, ähm, zu Ostzeiten, hat ja in so einer Sondereinheit gearbeitet, beim Militär oder so, und die haben da immer gemacht, wenn's da schlimme Umfälle gab, ähm, und du keine Medikamente oder so zur Verfügung hast, fügt den Menschen Schmerzen zu. Mhm. Weil, dann bleiben die halt wach vor Schmerzen, so. Und das Gleiche hat der mit mir halt auch gemacht. So, der hat jetzt da nicht Dreck reingekippt in die Wunde oder so, ne? Aber wenn du den halt dann so ein bisschen, so. Mhm. Und das hat der die ganze Zeit gemacht, bis der Notarzt da war. Und in dem Moment, wo der Notarzt halt da war, bin ich halt ohnmächtig geworden. Und dann Herzstillstand und tralala. Und, ähm, und dann kam halt dieser Anruf bei meinen Eltern irgendwie nach, nach der OP, wo sie mich dann so halb zusammengeflickt hatten und meint so, ja, wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob ihr Sohn das übersteht. Die Nacht müssen wir ihnen ganz offen sagen. Und wenn meine Eltern mir das erzählen, wenn sie meine Eltern mir davon, äh, davon berichten, wie sie sich gefühlt haben, als dieser Anruf kam, und der kam halt mehrere Male, ne? Es ist ja dann tatsächlich in so einem Zustand so, dass du jetzt nicht irgendwie dann nach einer Nacht wieder sagst, okay, jetzt ist er durch, alles wird gut, sondern du hängst dort da und du kriegst halt, äh, die meinten, die haben da zehn bis 15 Infusionen in mich reingekippt, also das sind ja eine Blutinfusionen. Naja. Damit der Körper halt sein Blut kriegt. Und die meinten halt, ähm, meine Eltern mal zu mir, das dauerte halt wirklich drei, vier, fünf Tage oder Nächte, bis die Ärzte halt meinten so, ja, stabil, äh, wird weiterleben. So, und das ist halt, das ist halt so eine Sache, das kann ich natürlich überhaupt nicht nachempfinden, wie sich das anfühlt. Aber wenn du das so gesagt bekommst von den Eltern, dann denkst du dir schon so, boah, fuck, ey, das war schon eine heftige Nummer. Also du warst ja quasi nicht in, du hattest ja keinen Zustand, der dir ermöglicht hat, zu begreifen, dass du jetzt in Lebensgefahr im Krankenhaus liegst. Oder, oder hattest du auch irgendwo zwischendurch einen Moment, wo du, wo du nicht wusst, also wo du so bewusst warst, dass du dir klar war, scheiße kann sein, ich verrecke die Nacht noch. Naja, das Ding ist... Oh, sorry für meine Wortwahl. Du kannst, wir sind ja hier unter uns. Naja. Das Ding ist halt tatsächlich, ähm, dass ich mich komischerweise an alles erinnern kann, also alles, wo ich halt bei Bewusstsein war. Ja, so, es ist jetzt nicht dieses, es gibt ja so Berichten von Leuten, die wissen bis eine Minute bevor der Unfall passiert, gar nicht mehr, was war. Ja. So, ich kann mich aber, was ich gut finde, für mich, für die Verarbeitung, kann mich durchaus an, natürlich jetzt nicht an jedes kleinste Detail, aber ich kann mich schon so an den Unfall hergangen und was ich dann so gesehen habe und gefühlt habe, als ich dann da im Wald wach geworden bin, erinnern. Und ich weiß noch, dass ich, ähm, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, äh, ich verliere jetzt die Kontrolle über das Motorrad, dachte ich so, Alter, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei, jetzt hast du es geschafft, jetzt hast du das Ding durchgezogen, so. Und, ähm, in dem Moment, was ich aber total interessant fand, hatte ich überhaupt gar keine Angst. Das war aber so voll, in dem Moment war so voll, so, okay, ist gut, ist gut so. Also, ist es, ist es, äh, in dem Moment so eine Art von Loslassen oder ist es mehr eine Art von Kontrolle behalten und jetzt nicht in dieses, ich lasse es jetzt geschehen abdriften? Also, hast du noch versucht, das irgendwie trotzdem Körperspannung aufzubauen und irgendwie dagegen mental anzukämpfen oder hast du gedacht, ich lasse es jetzt passieren? Es ist halt, es passieren ja mehrere Sachen, ne? Du bist, erst mal am Anfang ist natürlich, dass ich völlig euphorisiert und voller Adrenalin war, wegen dem Fahren, da war erst mal Spaß, stand ja im Vordergrund. Also kurz bevor du abbekommen bist. Und dann, und dann hast du ja diese Sekunde, wo du merkst, oh, oh, nicht gut, so. Und dann, ähm, klar habe ich natürlich noch irgendwie probiert abzubremsen und irgendwie versuchst du halt noch irgendwas, das ist aber eher sowas wie, du fällst halt nach vorne um und nimmst deine Arme schützend vor dich, das machst du ja nicht bewusst, sondern das ist ja eher so Reflex, so, du fängst halt aus Reflex halt an, irgendwas zu tun, wo du dir denkst, das hilft jetzt bei der ganzen so, nur mal. Aber, ähm, ab dann bist du halt nur noch Passagier. Also für mich war es so, es war jetzt nicht, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, ich versuche noch bewusst irgendwie Körperspannung oder so, nee, nur noch Passagier. Also du merkst auch wie deine Arme und Beine so völlig, dass du wie eine Puppe durch die Gegend fliegst. Also so hat es für mich angefühlt. Will man dann, also wenn man, wenn man das Gefühl hat, ich kann mir das ja überhaupt nicht vorstellen, wenn man das Gefühl hat, so jetzt könnte es sein, dass es mit mir zu Ende geht irgendwie, will man dann irgendwie loslassen, also nimmt man diese Einladung dann an? Ja, also ich bin ganz ehrlich mit dir, als ich dann, ähm, das ist ja so, ich hatte meinen Unfall und hab auch gemerkt, boah, ich bin irgendwo krass gegengeknallt, so, dass alles drückt und alles fiebt und alles feibt, äh, feibt. Fiebt. 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 Und dann merkst du noch, du schlitterst über den Waldboden und irgendwie nur Staub und du hast Dreck im Mund und irgendwie, das ist alles irgendwie und dann kommst du halt irgendwie so an, so zur Ruhe, so, und dann, also bei mir weiß ich noch, war noch so, dass ich dann natürlich die Augen aufgemacht habe und dachte so, krass, Alter, ich lebe. So, äh, ist ja ein Ding. So, das war wirklich so, okay, krass, ich hab's irgendwie geschafft und dann war aber, komischerweise war ich in dem Moment dann so fokussiert, dass mein erster Gedanke war, okay, gucken, ob meine Arme noch funktionieren, so, und hab halt mich so umgeschaut und hab halt, also ich lag halt so voll verknotet da, aber ich konnte halt merken, okay, krass, meine Arme funktionieren noch, so, tut irgendwie weh, aber eher so ein Schmerz von wegen, so, du merkst ja, du kennst ja den Schmerz, wenn du dir was gebrochen hast und man merkt aber auch den Schmerz, wenn man jetzt irgendwo nur so gegengeditscht ist und so, das drückt so ein bisschen, aber ist jetzt so schlimm und hab halt gemerkt, so, okay, krass, Alter, meine Arme gehen noch, das ist ja richtig cool, so, ne, und da dachte ich so, ja, dann gucken wir mal, ob die Füße auch noch funktionieren, ne, und guck dann halt so an, versuch halt, meine Füße so zu bewegen und das tat halt dann schon mega weh, so, und dachte so, okay, hä, guck dann halt so an mir runter und dann war halt ab Bauchnabel unten, so Hüfte, war halt alles komplett miteinander verdreht, so, war halt, mein eines Bein lag über die Schulter und so, also der Unterkörper war halt komplett Matsch, weil Becken war halt zerstört, also das Becken ist ja hier, das ganze Ding war halt so. Also den Unterkörper hing eigentlich nur noch so hautmäßig? Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber es lag auf jeden Fall nicht so, wie es liegen sollte. Wie so eine Ming-Vase, die runtergefallen ist. Ja, so nach dem Motto, ja. Scheiße. Und dann war es so, das muss ich tatsächlich kurz erzählen, weil mich das so geflasht hat damals war, dass ich mir mein Bein angeguckt habe und in dem Moment dachte so, Alter, warum liegt mein Bein über meinen Schultern? Wie kommt das denn da hin? Ich liege doch auf dem Bauch. Wie kann denn das sein, dass das jetzt aber trotzdem über mir drüber liegt? Du hast auf dem Bauch gelegen. Ich lag auf dem Bauch und mein Bein lag hier so neben meinem Ohr. So guck so und seh das halt so. Hinten über deinen Rücken rüber? Ja, naja. Oder lag dein Bein unter dir hoch zu den... Das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall lag es, so liegt kein Bein. Selbst wenn du Yoga machst und sehr beweglich, hat dein Bein nicht so zu liegen so. Und dachte so, oh nee, Alter, nicht gut, Mann. Nicht gut, das hat so nichts zu liegen. Und dann gucke ich mir das halt so an und sehe, da guckt mich irgendwas Weißes an. Irgendwas, was da auch nicht hingehört. Und dann merke ich so, boah nee, das ist Knochen. Das ist Knochen. Ist das mein Knochen? Oder ist das ein Ast oder so? Und dann gucke ich halt weiter und denke so, boah nee, okay, alles klar. Kombi halt zerrissen und das Bein hing da halt. Der Konnochen guckt da halt raus und so. Was ich aber eigentlich hinaus wollte zum Thema, du hast mich ja gerade gefragt, das so annehmen. Ist natürlich dann irgendwann so, dass du halt müde wirst. Also ich wurde halt dann müde, weil du hast mega Blutverlust, dein Kreislauf fällt da drunter. Und du, also ich, ich weiß nicht, ich kann nur von mir reden. Aber es ist dann halt wirklich so, dass ich extrem müde wurde. Und dann dachte ich so, boah, ich will eigentlich nur noch schlafen. Lass mich einfach schlafen. Ich bin voll müde. Krass. Ich bin richtig doll müde. Und eigentlich so, es ist eigentlich auch gerade ganz gemütlich hier. Also als wenn jemand im Computer auf Runterfahren geklickt hat. Ja, so war das. Und dann kam aber glücklicherweise schon mein Kollege an und tritt mir halt voll gegen das Bein. Und dann ist er so, ah, fuck, scheiße, Aua. Und er so, du bleibst jetzt wach, Alter, du bleibst wach. Ich halte dich jetzt die ganze Zeit wach so. Und hat er dann auch gemacht. So, bis der Arzt kam. Und dann weiß ich noch, dann kam halt der Arzt. Ja, jetzt kam dann so ein, guten Tag, Kasalik mein Name. Kasalik lässt niemanden hängen. Kasalik, Firma, Notdienst und Co. Notdienst Kasalik. Oh, Entschuldigung, ich musste dich kurz mal auflockern. Weil das ist so für mich, du wirst ja, ich bin nah am Wasser gebaut. Aber, ja. Ja, okay, alles klar. Ey, und dann kam Kasalik, Notarzt Kasalik, kam dann in den Wald gerannt. Und ich weiß noch bis heute, dass der Notarzt mich fragte, wie fühlen Sie sich denn? Und ich so, ja, super, ich kann meine Hände bewegen. Für eine E-Sport-Karriere reicht es noch. Und ich so, aber mein Bein ist ein bisschen oll. Und dann weiß ich noch, dass der Notarzt hat, ja, ja, wir sind jetzt da und alles gut. Und reden Sie mit mir und reden Sie mit mir. Und dann habe ich nur noch gesehen, dass er hier in meine Hand so einen Zugang gelegt hat. Und meinte so, jetzt, wir sind da, Sie können sich jetzt entspannen. Und dann in dem Moment, pfum, war ich weg. Und dann bin ich zweieinhalb Wochen später wieder aufgewacht. Ist voll krass, oder? Du pennst an einem Sonntag ein und wachst an einem Samstag auf. Du weißt, es war April und dann ist auf einmal Mai. Also, du wirst mir die Frage vielleicht gar nicht beantworten können, aber wie ist das so zehn Jahre später, wenn man immer noch die Defüge hat? Es fehlen dir eigentlich, also es fehlen dir zwei Wochen aus deinem Leben. Das merkt man nicht, oder? Ach, überhaupt nicht. Das Schlimmste eigentlich für mich war... Ich bin mir die Frage auch. Nö, ich finde die Frage berechtigt. Aber irgendwie finde ich es gerade interessant. Zwei Wochen. Ich hatte halt, hattest du schon mal ein Blackout vom Trinken und sowas? Nee. Ich halt auch nicht. Also, ich habe zwar ein ultrabeschissendes Gedächtnis, aber naja, obwohl, ich muss auch sagen, also, es gibt in meinem Gedächtnis auch krasse Lücken. Haben wir ja schon mal oft festgestellt. Aber ich habe halt noch nicht rausgefunden, warum. Und deshalb ist das vielleicht für mich nicht so ein... Da ist jetzt kein Leidensdruck dahinter, ne? Aber... Für mich gibt es da ehrlich gesagt auch keinen Leidensdruck, weil in dem Moment, sobald du verstehst, warum die dich ins künstliche Koma gelegt haben, denkst du dir so, ja, vielen Dank, dass ihr mir die zweieinhalb Wochen abgenommen habt, weil es hätte ich jetzt... Aber man hat... Wie... Kannst du dich irgendwie daran erinnern, wie sich das anfühlt, wenn man dann so nach zwei Wochen aufwacht? Ich meine, wann wird einem dann klar, dass man zwei Wochen gepennt hat? Ey, das ist eine... Ich fühle mich gerade wie in einem Interview. Norman, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir sehr gut beantworten. Das Ding ist halt tatsächlich, wenn Leute aus dem Koma wach werden, das ist ja ein Prozess, der dauert ja fünf, sechs Tage. Das ist ja nicht so, dass sie einfach die Spritze nehmen und dann so ein Mittelchen geben und dann bist du wach. Ach so. Sondern du bist ja voll auf Droge. Also du kriegst ja wirklich harte Drogen. Das ist wirklich harter Shit, den du halt kriegst. Ja, irgendwas muss ja schön sein daran, wa? Und dann fangen die halt an, die Dosis immer weiter zu reduzieren und dann wirst du immer klarer. Ach so. Von Tag zu Tag. Das Ding ist aber, dass du vollkommen krass anfängst. Also es gibt solche und solche Geschichten. Bei mir hat sich das halt daran geäußert, dass ich halt richtige, krasse Halluzinationen bekommen habe. Das hast du mir schon mal erzählt. Voll durchannustigiert habe. Ich erinnere mich tatsächlich an eine Sache, die du mir mal erzählt hattest. Kannst du gerne genauer beschreiben, dass irgendwie die Steckdosen durchs Zimmer gewandert sind. Daran kann ich mich noch erinnern. Das Wasser zum Trinken kam aus der Wand und überall waren Fliegen und Maden. Also hattest du so ein bisschen so eine Höllen-Halluzination oder was? Ich habe auch, da waren auch ganz andere komische Sachen. Das kann ich jetzt hier auch tatsächlich nicht so sagen, aber da waren richtig seltsame Sachen dabei. Okay. Ich war zum Beispiel, das kann ich mal erzählen, dass die wildeste Halluzination, und die werde ich niemals vergessen, war, dass ich, ich dachte, ich bin wach. Also ich dachte, ich bin jetzt voll am Start und bin bei vollem Bewusstsein. Ich bin halt wach, guck so rechts neben mir und Krankenzimmer sind ja meistens so, du hast zwei Betten drin, da sind halt zwei Menschen drin. So. Auch wenn man im Koma liegt? Ich erzähle jetzt, was ich dachte. Ach so. Ich erzähle dir jetzt, wir sind jetzt in der Hallo so drin. Und ich werde halt wach und gucke halt so rüber und auf dem Bett neben mir sitzt ein kleines Mädchen. So. Und gucke mich so an und sagt so, hey, Piet, guten Morgen. Hi, na, bist du auch eigentlich wach? Ich so, ja, hey, cool, wer bist du denn? Ich kann mich jetzt nicht mehr an alles, an alle Details erinnern. Ich vergib das jetzt so wieder, wie ich es mir halt gemerkt habe. Und der ganze Raum war aus Fleisch. Das heißt mal voll wild. So Fleisch-Textur. Und die Decke hat sich im Rhythmus zu meiner Atmung immer so hin zu mir weg und weg bewegt. So richtig absurd. Vielleicht was von deinem eigenen Körper. Ey, keine Ahnung, pass auf. Und das Mädel kam halt zu mir an und meinte, hey, Piet, ich will dir was zeigen. Ich habe hier voll das coole Bilderalbum. Ob du dir das mal angucken möchtest? Und ich so, ja, klar, cool. Ey, wir sitzen ja im Krankenhaus, das wollen wir auch alle was machen. Und dann setzt sie sich so zu mir ins Bett ran und zeigt so Fotos aus ihrer Hand. So wie früher halt so. Das waren alles Bilder von mir. Aber so Bilder aus meiner Erinnerung, die es wirklich in der Kindheit gab, es gibt ja so manche Bilder, an die man sich erinnern kann. Ja, ja, klar. Es gibt zum Beispiel ein Bild, da bin ich so ein oder zwei Jahre und da hält mich mein Vater so in den Armen so ganz glücklich. Und auf dem Bild sieht mein Vater aus wie ich jetzt. Also total wild irgendwie. Und es gibt so ein paar Key-Visuals, die man so in Erinnerung, und die zeigt sie mir die ganze Zeit. Guck mal hier, da, schön, schön, schön. Und ich so, fuck, 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 fuck. Und dann meinte sie, ja, aber wir müssen jetzt hier noch mal ein bisschen gucken, wie wir das mit dir jetzt machen. Es werden jetzt noch ein paar Ärzte kommen. So. Und dann war es halt so, es ist wirklich passiert. Denke ich mir jetzt hier nicht aus. So, ich schwöre, doppelt schwöre auf unsere Freundschaft. Dann kam ein Arzt rein. Erstmal bestand das Personal von diesem Krankenhaus nur aus einer Person, die sich ständig umgezogen hat. Voll krass. Krömer. Genau. Das ist wirklich absurd. So, jetzt wollen wir mal kicken, du kleine Pummelfee. Krass, Alter. Und dann kam der Arzt zu mir und meinte so, Herr Reichbuth, Sie müssen jetzt ganz still liegen, weil ich muss Ihnen eine Spritze mitten ins Gehirn geben. Und wenn Sie da zittern, dann werden Sie sterben. Und ich so, okay. Und dann liegst du halt da und denkst, du bist halt wach. Du denkst, das ist halt Realität. Aber es ist halt alles nur Fantasie. Und dann liegst du halt da und denkst, fuck, ich darf nicht sterben, ich muss richtig ruhig bleiben. Pointe, ich hab's geschafft. Dann passiert aber Folgendes. Das ist nicht gelogen. Dieses Krankenzimmer klappte sich auf und dann fuhr mein Bett in einem Fahrstuhl nach unten. Und das ist jetzt echt absurd. Und ich weiß auch nicht, warum das in meinem Kopf so drin war, warum ich das halluziniert habe. Aber ich hab dann mit 13 nackten Teufeln darüber diskutiert, ob ich weiterleben darf oder nicht. Was? Ohne Schein. Es ist nicht... Es klingt wie eine... Es klingt wie... Oh Mann, Piet, jetzt hör mal auf, so einen Scheiß zu erzählen. Hatten die ein Geschlecht? Die waren nackt. Weiß ich nicht mehr. Die waren halt nackt. Die hatten nichts an. Waren jetzt keine Damen, sondern Herren? Oder Kreaturen eher? Ich war, glaube ich... Ja, war so ein Kreaturen eher. Und du hast mit denen diskutiert? Ja, so... Oder verhandelt? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Also du kannst dich jetzt nicht mehr an die Idee leihen, wenn du machen musstest. Es war ein wildes Gespräch auf jeden Fall. Und genau, dann sind wir zu einem Entschluss gekommen und dann bin ich wieder nach oben gefahren. Und das ist das Witzige. Ab dem Moment, wo ich wieder oben war, kam ich immer mehr in diesen klaren Moment rein. So immer wurde es immer klarer. So. Dann waren noch so Sachen dabei. Ich hab dann einen Tag nur Hochdeutsch geredet, meinten die Pfleger irgendwann. Das war dann schon so, wo ich kurz vor vollem Bewusstsein, da meinten die dann auch wirklich zu meinen Eltern so, redet der immer so? Das ist voll anstrengend. So. Und meine Eltern so, nee, eigentlich nicht. Also Hochdeutsch im Sinne von, dass du auch ein bisschen feiner gesprochen hast? Genau, feiner. Richtig Hochdeutsch, fein, ohne Dialekt, so ganz sauberer Satzbau und so. Vielen Dank. Entschuldigung. So richtig anstrengend. Und, ach, keine Ahnung, dann so Kleinigkeiten noch, wie, Verzeihung, Gesundheit. Danke. Dann noch so Kleinigkeiten, wie, ich hab dann irgendwann mal, hatte ich dann so eine Phase, wo ich voll aggressiv war. Und da mussten meine Eltern dann so ein Schriebs unterschreiben, dass die mich bitte am Bett fixieren dürfen, weil ich ausgerastet bin. Und dann, du hast ja, wenn du so krass im Koma liegst oder so eine krass, so krass viele Verletzungen hast, bekommst du ja Medikamente. Und die machen sie dir dann aber, das nennt sich, oh Gott, ZVK oder so. Das ist irgendwie, das ist so ein Zugang, der liegt direkt vorm Herzen, damit die Medikamente schnell in den Körper kommen. Zentraler Venenkatheter? Yes, sir. Und den hab ich in der Aggression mir rausgerissen. Der war festgenäht. Und ich hab mir den halt rausgezogen. Ja. Weil, keine Ahnung warum. Und dann, und das Person, dann bin ich dann ganz erstmal, dann können wir erstmal wieder ein bisschen entspannen. Und weiß ich es aber noch, dann zieh ich mir den so raus, weil ich das irgendwie kacke fand, das Ding, so. Und dann kam der Arzt, ey, wir müssen den wieder reinmachen, aber dann haben sie mit mir oben den Zugang gelegt und dann meinte der Arzt dann so zu mir, wir müssen das aber wieder nähen. Möchten Sie eine Betäubung haben? Und ich so, nein. Er so, naja, mit einer Betäubung sind es sieben Stiche, ohne Betäubung sind es nur sechs. Ich so, naja, dann nehme ich doch die sechs Stiche. Ist doch super. Ist doch einer nur weniger. Hast du, ohne Betäubung genäht werden? Ist schon irre. Alter, ey. Nur so eine Nummer. Also es ist halt wirklich, das Witzige ist, da passieren halt richtig wilde Sachen, weil du halt völlig auf Entzug bist, keine Ahnung, was da passiert. Und das meine ich halt mit, was ich am Anfang meine, mit schöne, krasse Zeit ist, ey, Alter, sowas mal zu durchleben, macht mich halt zum Beispiel total entspannt in manchen Sachen, weil ich mir denke so, ey, naja, viel schlimmer kann es ja nicht werden im Leben. Also, was soll denn noch passieren? Klar, es gibt natürlich, es gibt auch ganz andere Sachen, traumatische Sachen, die man keinem wünschen möchte, die man erleben kann. Aber sowas durchlebt zu haben und da auch irgendwie heiler aus der Nummer rausgekommen zu sein, ist schon schön. Ist schon ein schönes Gefühl. Ich finde es auch sehr schön, dass du da aus der Nummer rausgekommen bist, ehrlich gesagt. Also, erst mal krass. Und auch noch mal von meiner Seite vielen Dank an deinen Schutzengel, den du da dabei hattest. der war richtig cool. Also, dass du da immer schön gegen Sam Beni treten hast, aber dafür möchte ich mich noch mal bedanken bei dir. Ah, ja. Und wie, wie ist das jetzt, hast du, also erst mal, vielleicht um das so ein bisschen einfacher zu halten, was hast du jetzt da so körperlich von mitgenommen? Also, was ist eine Sache, die jetzt, sind es jetzt über zehn Jahre, nee, länger, 15. 15 Jahre, die her ist. Alter. Was ist so eine Sache, die du immer noch merkst, wenn du morgens aufstehst von diesem Unfall? Schmerzen. Also, du hast, also, das Bein tut eigentlich den ganzen Tag weh. Also. Und was ist das für ein Schmerz? Kennst du das, wenn du manchmal nachts blöd liegst und dann irgendwie so, also du nimmst so die Hand hinters Ohr und irgendwie liegst du blöd und überspannst dein Gelenk so ein bisschen und dann streckst du den Arm wieder so aus und dann machst du so im Gelenk so, wow, wow. Okay. So weit ist das eigentlich den ganzen Tag. Und die Bruchstellen tun halt mega weh und das Bein ist halt... Vergisst du den Schmerz manchmal? Voll. Gehört halt mit dazu. Also du hast den... Der ist schon so... Und das Gegenteil von vergisst du den Schmerz? Gibt es so Momente, wo du den sehr merkst und quasi auch so angekotzt bist davon, dass der jetzt da ist? Ja. Zum Beispiel... Es gibt zwei Sachen, die mich voll nerven, dass ich sie nicht mehr ordentlich machen kann. Drei sogar. Das eine ist, ich kann nicht mehr auf dem Rücken liegen, auf Beton, weil das Steißbein so gebrochen war, dass das nicht mehr plan ist. Also es ist so verknübbelt und dadurch liegt sich das voll doof. Das tut halt weh. Und knien, ich kann nicht mehr knien, weil die Kniescheibe und das ganze Knie links halt so kaputt irgendwie ist, dass dann manchmal die Kniescheibe halt rausfliegt und so und das fühlt sich auch einfach nicht gesund an. Du merkst halt einfach, das ist dafür nicht mehr da. Also ich kann nur noch knien, wenn ich so eine dicke Isomatte unten drunter habe oder so. Okay, krass. Und was mich halt wirklich, ich kann nicht mehr richtig rennen, ohne zu humpeln. Weil das linke, der linke Knöchel und Fuß unten, dadurch, dass das Steißbein halt gebrochen war, ist auch der Nerv kaputt gegangen vom linken Bein. Und die Hälfte vom linken Bein ist halt taub. Und dadurch kann ich, also ich kann hier unten den Fuß halt so anheben. Ja. Aber da ist keine Kraft mehr richtig drin, weil der ganze große Zeh halt taub ist und so, das hängt halt alles nur so durch die Gegend. Oder ich kann es halt nicht mehr so stabil abrollen auf der Ferse und so, weil der Fuß dann halt nach vorne einfach runterklappt. Nennt man Fußheberschwäche, kann man googeln. Und das nervt halt tierisch. Also es ist halt wirklich, ohne, es ist wirklich nervig. Fällt halt immer aus, wie ein Vollidiot, wenn du rennst. Oh nein, wartet auf mich. Nee, also wenn du mich mal zur S-Bahn rennen siehst, das sieht halt lustig aus. Und ich hatte immer so ein bisschen Humpel. Ja. Und das ist aber, sind wir mal ganz ehrlich, bei meinem Job, den ich habe als Art Director und so, das sind alles jetzt nicht Sachen, die irgendwie einen groß behindern. Aber es sind halt manchmal Sachen, wo du denkst, oh Mann, scheiße, ey. Und hast du körperlich irgendwas, was du jetzt, musst du dich da irgendwie körperlich um irgendwas noch kümmern? Oder ist das jetzt unbe... Ja, sind wir mal ganz ehrlich, natürlich hätte ich mich, natürlich kann man sich darum kümmern. Das heißt, du kannst Physiotherapie, Sport und Knie durchbewegen und solche Geschichten. Okay. Habe ich ja damals auch alles gemacht. Ich musste dann auch wieder laufen lernen und so. Ja, das weiß ich noch, ja. Und, aber ich sage mal so, ich bin ganz ehrlich, ich habe das jetzt nicht krass forciert die letzten Jahre. So, das ging dann halt ab irgendeinem Punkt wieder und das hat mir dann ehrlich gereicht. So, und ich glaube, man könnte natürlich mit, wenn man jetzt wirklich die letzten 15 Jahre wirklich aktiv irgendwie sich mit den Beinen beschäftigt hätte, ne, so dehnen, bla und so, wäre der Zustand wahrscheinlich besser als heute. Aber es geht ja, also du würdest mich jetzt im laufenden Alltag, würdest du das mir nicht anmerken, nicht richtig, dass ich irgendwie was hatte. Aber, ähm, es wird definitiv mal darauf hinauslaufen, dass ich mal ein künstliches Kniegelenk brauche. Hm. Das weiß ich jetzt schon. Das wird irgendwann kommen. Es gibt noch eine, ähm, eine für mich sehr emotionale Sache an dieser Geschichte ist ja tatsächlich der besagte Brief. Ähm. Das hab ich voll vergessen. Ja, das ist natürlich eine Sache, die mir, die für mich einen sehr krassen Wert hat. Alter. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass irgendwann, also klar, ich hatte natürlich irgendwie damals als dein Kumpel zwar die Möglichkeit, dich zu besuchen, ja. aber erstens nicht besonders oft und zweitens zu der Zeit gab's ja keine Smartphones mit Internet und WhatsApp und solche Sachen. Also wir hatten ja eigentlich keine Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben, ja. Irgendwie auf diesem Telefon da anzurufen, kostet zwölf Euro die Minute und dies, das, ne. Dieses Ganze. Stimmt, ne. Das war ja noch nicht so. Genau. Am Ende des Tages war's ja dann so, dass ich mir am Ende, äh, äh, also zumindest in meiner Erinnerung viel Information dann auch über deine Freundin damals geholt habe und so weiter. Und, ähm, die, die Sache, die mir dann zuteil geworden ist, war ja dann quasi so, als du das erste Mal wieder in der Lage warst, einen Stift in die Hand zu nehmen und, äh, du dann so ein paar Zeilen geschrieben hast, es waren nicht vier, also es waren wie so vier Zeilen, äh, drei Wörter oder so. Mhm. Also irgendwie, da stand halt irgendwie sinngemäß nur drin, äh, hier so, ey, ich, äh, schreib jetzt hier gerade das erste Mal wieder, war so ganz kraxelig. Ja. Mit einem Bleistift. Ja. Ganz schwach, ganz blass auch. Ja. So, so, so inhaltsmäßig so, ja, ich schreib jetzt hier gerade meine ersten, äh, Wörter wieder und wie kriegt ihr jetzt gerade hier wieder so auf die Kette und die kriegst du jetzt. Ach, krass, Alter, da krieg ich mich ja nicht mehr dran erinnern. Ja, und das ist so ja, na klar. Krass. Und das ist so ein Zettel, was ich so krass finde daran ist, dass, ähm, der mir immer wieder in die Hände fällt, alle paar Jahre mal. Alter. Der fällt mir immer wieder mal in die Hände, also es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Tag, wo ich den raushol oder so, sondern es gibt immer wieder mal Situationen, wo ich irgendwie Uffräume, irgendwas aussortiere und dann kommt der, kommt der wieder aus, also der ist an einem festen Ort, ich weiß, wo der ist. Ja. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass es jetzt irgendwie so eine Kiste ist, die ich dann auspacke und irgendwie sage, einmal im Jahr schwelge jetzt irgendwelche Erinnerungen. Einmal im Jahr, Mann. Ja, krass, Alter. So ist das halt nicht, ne, aber, äh, sondern so, der fällt mir halt immer mal wieder in die Hände und, boah, wild, richtig wild. Und immer, wenn ich den sehe, äh, kriege ich immer so einen kleinen Kloß im Hals, aber so einen Freudenkloß, so einen Thüringer Kloß. Aber genau das meine ich halt, ne, ich meine, ganz sorry, das geht schon in der Breche. Ja, ja. Das meine ich halt, du kannst natürlich aus so einer ganzen Situation, egal ob du jetzt Betrachter bist, so wie du, oder irgendwie, du warst ja eher nur so, warte mal, nicht leidtragend, aber du warst ja irgendwie dann doch mit dabei als mein bester Freund oder so. Nicht oder so, als mein bester Freund. Ja, ja. Punkt. Ähm, du kannst natürlich das Ding voll ins Negative ziehen, sagen, oh mein Gott, du wärst fast gestorben, das war für uns alle so krass schlimm und na, na, na. Ja, ganz ehrlich, Alter, ich hatte Tage, da hab ich geflennt. Die Ärzte haben gesagt, wir wissen nicht, ob sie laufen können. Und man, die Ärzte haben sogar, es gab sogar eine Zeit lang, ein halbes Jahr lang wussten die Ärzte nicht mal, ob ich jemals wieder Geschlechtsverkehr haben kann. Ja. Weil es alles so kaputt war. Das war alles so, es war wirklich nicht schön. Und, ähm, da waren definitiv richtig kack Momente dabei. So mit Schmerzen, Weinen, äh, Frustration und auch Aufgeben war mit dabei. Es war wirklich so, ganz schlimm. Ja. Aber, und das find ich aber so geil daran ist, du kannst, wenn du dieses ganze Ding mal als Gesamtpaket nimmst, da sind voll krasse Momente entstanden, wie, ich nehm einen Stift in die Hand, schreibe dir meine ersten Zeilen, oder, ähm, du, ähm, ich werd das niemals vergessen, wo du das erste Mal bei mir warst, im Krankenzimmer, und ich zu dir sage, oh man, du darfst mich nicht zum Lachen bringen, es tut so weh. Und du natürlich so, Challenge accepted. Aber das Ding ist, ja, in dem Moment, mir tat das weh, aber irgendwie war es auch schön, weißt du, weil du halt irgendwie so lachen, man kann lachen und irgendwie. Und das ist so für mich wieder so ein, äh, wir haben ja schon mal das ganz kurz angerissen, vielleicht reden wir da mal in einer gesünderten Folge, Markus. Ähm, wie sehr ich doch, mein Humor, nehme, wenn ich mit irgendwelchen Sachen gar nicht gut umgehen kann, also mit solchen Situationen, und dann auf einmal anfange, einen Scheiß zu machen, weil ich gar nicht weiß, Mann, ich steh da an diesem Bett, ich sehe, dass du komplett gefickt bist, du hast Schmerzen, alles scheiße, ich weiß ja nicht, Mann, ich bin Anfang 20, du bist Anfang 20, ich hab überhaupt keine Ahnung von Leben und Tod und von, von Unfall und Schmerz und von, so, was passiert dir gerade und so weiter, ne, so, ich dachte halt die ganze Zeit nur, scheiße, mit wem zocke ich jetzt Tony Hawk nächste Woche. Aber das meine ich halt so, ne, du kannst das voll schlecht machen, man kann sich aber auch mal hinsetzen und einfach sagen so, ey, wir versuchen all das Positive, was da irgendwie drin steckt, mitzunehmen und das, das kommt so ein bisschen auf deine allererste Frage zurück, so, wenn ich am 29. April morgens aufwache, natürlich denke ich da dran, was damals passiert ist. Für mich ist das jetzt aber nicht so, dass ich dann eine Kerze aufmache, anmache und dann so, oh, und danke lieber, und so, nee, sondern für mich eher so, wow, krass, Alter, ich hatte damals echt ein heftiges Erlebnis oder auch die ganze Zeit über, ich meine, der ganze Prozess, das ging ja, ich lag ja dann vier Monate im Krankenhaus. Ja. Digga, was, vier Monate und dann nochmal ein Jahr zu Hause oder ein halbes, so, bis wieder irgendwas ging und das ist aber, da sind so viele auch, da sind so viele lustige Sachen auch passiert und so viele. Mit der Krücke und dem Auto, ich weiß noch, wie du das erste Mal auch dann ins Auto wieder eingestiegen bist, und ich dir deine Krücke weggenommen habe. Ja. Oder du hast auch zu mir gesagt, nee, Piet, Alter, die Scheiße trägst du jetzt selber, du kannst, die Zeit ist vorbei, wo du dich mit deinem Schatz... ich hab dich halt schon hart ran genommen. Ja, aber es sind so viele coole Momente, passiert oder du hast mir dann auch so CDs gebrannt mit Beats und so einer Geschichten. Ja, stimmt. Oder du hast mir die ganzen... Wie hieß denn diese Serie da mal mit Rick Kavanian und Christian Tramets? Bulli oder irgendwas? Nee, diese andere Serie. Eine Serie mit Rick Kavanian und Tramets? Ohne Bulli oder was? Mit Bulli, glaube ich sogar, oder? Da haben die immer so eine Geschichte... Ach, wie hieß das denn? War nicht die Bulli-Parade? Egal, auf jeden Fall hast du mir den ganzen Scheiß damals auf CD gebrannt, dass ich mir das auf dem Laptop angucken kann. Und so einen ganzen... Also du hast dich halt in deiner... Das, was ich halt konnte, hab ich dann irgendwie... Und natürlich, meine damalige Freundin, Alter, Respekt, die hat natürlich damals die vollkommene Arschkarte gezogen. Ja, das wollte ich gerade auch noch mal irgendwie erwähnen, ja. Und die, für die gilt sowieso, neben meinen Eltern natürlich, den meisten Hut ab, weil für die war das halt mega krass. Die hat mich ja auch dann quasi mit Informationen versorgt und so weiter, also das auch noch mitzutragen und so. Also da auch Hut ab, muss ich wirklich sagen. Da mag ich nicht vergessen bei der ganzen... Ja, tausend Dank auch. Ja. Und ja, also das ist immer wieder, immer wieder eine krasse Geschichte, finde ich ja. Also gerade heute noch mal aus einer Perspektive zu hören, die ich so auch noch nicht hatte. Hast du so abschließende Fragen, äh, abschließende Frage? Ich hab noch abschließend 18 Fragen dazu. Ganz kurz so, es gibt halt, das Thema ist so lustig, eigentlich nicht lustig, das Thema ist so groß eigentlich, es gibt so viele krasse Side-Stories noch. Ja, ja, eigentlich, also ich bin dafür, dass wir dieses Podcasting, lass uns das hier noch so ein halbes Jahr machen, so, um einfach ein bisschen mehr Fame aufzubauen und dann, finde ich, sollten wir mal langsam das Drehbuch verkaufen. Weil da kannst du auf jeden Fall, ey, und ich bin schon gespannt, wer mich spielt. vielleicht, ähm, Ed Sheeran? Ja, ne, vielleicht Menno wie, Menno, ich dachte eigentlich, ich hab Menno wie ein Fröhlich, wenn er wieder aus dem Knast ist, Alter. Ed Sheeran. Ed Sheeran kriegst du bestimmt für die Rolle. Ich werd von Tom Hardy gespielt, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, also ich hatte eigentlich eher gedacht an Ryan Gosling. Ja, aber ich hab festgestellt, der schielt ein bisschen und ich hab perfekte Augen. Du hast ja eine Frage, komm, jetzt, ey, das war jetzt hier, die Folge war meine Bühne jetzt. Ähm, nee, nee, äh, meine Frage ist, äh, noch so, die, die ich eigentlich ganz am Anfang im Kopf hatte und die das jetzt vielleicht so ein bisschen zumacht, ist ja auch, ähm, wie, äh, wie ist, also du hast jetzt gerade erklärt, was jetzt so für körperliche Rückstände noch sind, ne, mit, ne, dass du schon Schmerzen hast und so weiter. Jetzt interessiert mich natürlich noch der mentale Teil, auch wenn wir jetzt gerade nochmal so lustig geworden sind zum Ende, aber wie, wie schläfst du und wie oft kommt, ähm, wie oft kommt es, irgendwie hoch, kommt es hoch und wenn ja, knallt es oder ist es eher? Also ich hatte nach dem Unfall tatsächlich so, das ging so ein, zwei Jahre lang, hab ich schon gemerkt, dass ich das irgendwie so in Träumen verarbeitet hab. Ich hatte so ganz viele Träume, wo ich Menschen überfahren hab und so eine Geschichte, also so wirklich brutale Nummern. Ja. Aber irgendwie war es das dann auch. Okay. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich das vielleicht gar nicht verarbeitet hab oder verdrängt hab, aber irgendwie war es das dann auch. Und, ähm, jetzt ist es halt, das Einzige, was ich jetzt manchmal nur merke, ist, wenn ich mit einem Motorrad jetzt durch so ein, durch so eine Landstraße fahre, wo so Bäume links und rechts sind, gucke ich auf den Tacho und denke mir so, Alter, das würde jetzt ganz schön wehtun, wenn du da gegen einen Baum fährst. Und damals war es schon noch ein bisschen schneller. Verdammte Scheiße. Also es ist halt so, man kann, das ist so witzig, man kann halt durch diese, durch diese Erfahrung, die man gemacht hat, kann man sich das gut beantworten, was passieren würde, wenn man jetzt mal rechts von der Straße abliegt. Und ich muss aber ehrlich gestehen, das soll jetzt nicht großkotzig klingen oder irgendwie, ich kann es aber selber gar nicht anders erklären, aber ich glaube, ich hab das dann entweder, entweder hab ich es extrem gut verarbeitet, einfach, da hab ich irgendwie sehr reflektiert und, ne, oder ich hab's gar nicht verarbeitet, weil irgendwie so richtig, ich bin dann auch schon wieder Motorrad gefahren, da konnte ich noch gar nicht laufen. Ja, ich erinnere mich, du bist relativ schnell wieder gefahren und da hatten wir damals, das weiß ich auch noch, da hatten wir damals ein kurzes Gespräch auf meinem Balkon in meiner Wohnung dazu, da wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern können. Da hattest du mir das erzählt. Das Einzige, was ich gerade nicht mehr auf die Kette kriege, ist, ob wir da telefoniert haben oder ob du da warst. Egal. Ich sag mal, aufgrund, dass damals die Telefontarife sehr teuer waren, haben wir es wahrscheinlich. Naja, nee, so krass war das, glaube ich, dann auch nicht. Da gab es noch die O2 Home Zone. Ich weiß ja nicht so richtig, ja, ja, also Handys hatten wir auf jeden Fall schon. Ja, klar. Ich hatte ja auch schon meine eigene Wohnung. Wenn man das jetzt gehört hat, dann tut es mir fürchterlich leid. Du hattest mir das erzählt und ich wies noch, dass ich damals natürlich in meinem Kopf dachte, uh, naja, ja, geil, super, tolle Idee, so, weißt du. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sofort verstanden, dass, ich habe ja damals, also du war ja damals schon sehr offensichtlich, wie sehr das Motorradfahren für dich für eine große Rolle spielt in deinem Leben und auch wenn vielleicht das Motorradfahren nicht ganz so diesen romantischen Charakter hat, wie jemand, der jetzt Musik macht, wie in meinem Fall oder irgendeiner Kunst in dem Sinne nachgeht. Also, verstehe mich nicht falsch, du weißt, was ich meine mit Romantik. So, klar, dass du das genauso geil findest, aber trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das kann man dir einfach auch nicht wegnehmen. Nee. Dieses Motorradfahren, dir wegzunehmen, wird wahrscheinlich mehr, also, dein Leben irgendwie schlimmer machen, als dir das zu lassen und irgendwie dann erstmal damit auch zu leben, dass du wieder fährst. Ja, ich glaube, sowas reguliert sich dann selber. Also, entweder, ich glaube, das kannst du auch wirklich niemandem einreden. Ja, und das habe ich dann noch zu dir gesagt. Also, ich glaube, so meine Reaktion, so wie heute immer noch ist. Also, guck mal, wir haben jetzt mit der Rennstrecke, haben wir, mit der Rennstrecke haben wir jetzt wieder eine neue Situation in unserer Freundschaft, wo ich einfach, wo ich, ich möchte jetzt nicht übertreiben und sagen, dass ich mir irgendwie Sorgen mache oder so, das wäre jetzt zu viel, aber wo mir bewusst ist, dass das trotzdem gefährlicher ist, als wenn du jetzt hier mit deiner BMW hierher fährst ins Studio, ne, vom Gefühl her. Vielleicht ist es anders. Genau andersrum. Ja, genauso wie man vielleicht in einem Flugzeug viel mehr Angst hat, obwohl es statistisch gesehen sicherer ist als Autofahren. Ja, das Ding ist halt einfach, auf der Rennstrecke, klar, wir müssen uns ganz ehrlich, Motorsport, egal ob das jetzt Auto ist oder Motorrad, ist scheiße gefährlich. Letztes Jahr sind, glaube ich, zwei oder drei Motorradfahrer wieder gestorben. Das ist alles nicht ganz so mal leicht. Aber das Schöne auf einer Rennstrecke ist, da sind keine Bäume zum Beispiel. Ja, und wahrscheinlich ist es da ein Notarzt vor Ort, oder? Ja, und es kommt ja auch meistens kein 40-Tonner entgegen. Ja, okay. Sondern, also auf der Rennstrecke ist es schon gefährlich, klar, keine Frage, weil die Geschwindigkeiten natürlich wesentlich höher sind. Aber die Gefahr, dass du irgendwie dir das Bein abtrennst oder irgendwie gegen einen harten Gegenstand, Gegenstand wie einen Bordstein, Hauswand, Auto, Leitplanke, Baum, gibt es dort nicht. Und es gibt auf der Rennstrecke immer noch Auslaufzonen. Das heißt also... Ich habe vielleicht eine andere Formulierung. Vielleicht stimmst du mir zu. Wie wäre denn mit der Formulierung, dass gefühlt auf der Rennstrecke man trotzdem stärker herausfordert? Ja, das definitiv, weil du fährst ja am Limit. Du fährst ja mit Absicht schnell. Wie schnell wirst du diese erfahren auf dieser Rennstrecke? Gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Weil du dich nicht traust, diese Menshohe Zahl zu sagen? Du weißt doch, weil dein Motorrad fährt. Ja, das Ding ist halt, ich weiß nicht, 260, 270, 280, irgendjemand sowas. Ja, okay. Vielleicht auch 300. Also das kommt halt darauf an, wie gut ich fahre. Das ist eigentlich so faszinierend, wie der Mensch sich so entwickelt vom auf dem Baum sitzen bis hin zu jemandem, der quasi nackt, also ich rechne immer jetzt kurz die Leder, komm mir den Helm raus. Ja, aber ein Mensch, der sich quasi auf einen anderthalb Meter lange Plastikteil... Was lachst du denn darüber? Stell dir gerade vor, wie der den Sack so hinten wegflattert? Nee, aber ich finde es schön, das von jemandem mal beschrieben zu bekommen, der damit gar nichts am Hut hat. Ja, ja, aber wie der Mensch so auf die Idee kommt, sich auf so ein zweirädriges Etwas zu setzen und dann 300 kmh, Alter, da mit im Kreis zu fahren, 300 Ösen einfach auf die Straße zu legen, wo ich denke, Alter, ich meine, es ist ja schon abgefahren, dass wir uns in so einen viereckigen Kasten setzen mit Glasscheiben um uns herum und damit 120 kmh fahren, wo der Mensch im Schnitt ja so zwischen 5 und 8 kmh geht. Naja, vor allen Dingen zumal, ich meine, das 300 kmh gerade ausfahren ist ja das eine, das ist ja nun wirklich relativ simpel. Aber wir fahren da ja um Kurven und bei Kurven ist es halt dann so, dann fährst du halt dann mit 160, 170 durch eine Kurve und dein Knie schleift auf den Boden. Das klingt jetzt für Motorradfahrer, die zu hören, denken sich so, ja, ist halt ja okay. Aber ich glaube, für jemanden, der selbst für mich war das krass, wo ich vor drei Jahren das erste Mal auf der Rennstrecke war und stehe dann an der Boxenmauer und denke mir so, ey, alter Verwalter, ist das schnell. Meine Güte, was geht denn hier ab? Und dann, wenn du das erste Mal dann auf dem Boden schleifst so und dann gibt es ja auch noch so Experten, die schleifen dann mit dem Ellbogen, weil du noch tiefer so. Und das ist ja eigentlich das Krasse, dass du halt in Schräglage so 45, 50 Grad so mit 160, 170, 180 und du sitzt ja nicht mal auf dem Motorrad. Ich sitze ja nur mit einer Pobacke auf dem Motorrad. Die andere Pobacke ist ja in der Luft und dann hänge ich ja so, es ist nicht gelogen, wenn ich, was Sie hier vielleicht nicht sehen, ich zeige Normen gerade, wie man neben dem Motorrad hängt. Du hängst ja daneben, du versuchst ja zum Beispiel in der Rechtskurve versuchst du dir halt ins Handgelenk zu beißen, so von der Körperhaltung her. Also als würde man so ein bisschen an der Kletterwand hängen. Ja. So in so einer Dreiecksform. Ja, genau. Tatsächlich kommt es dem ganz gut nah. Und der Trick beim Motorradfahren ist halt eigentlich der, dass du, nee, nicht Trick, sorry, nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt hier keine Tipps raushauen, aber wenn du zum Beispiel mit dem Motorrad aus einer Kurve raus beschleunigst, Vollgas, dann sitzt du halt eigentlich nicht auf dem Motorrad. Also du sitzt halt nicht mit deinem Pobacken auf dem Sitz, sondern die Pobacken schweben immer so leicht über dem Sitz, weil das Motorrad natürlich unter dir irgendwie arbeitet, so das wackelt, das pumpt, das rutscht und so. Und das ist aber auch richtig so. Das ist so wie so eine Art Federmechanismus. Du kannst es immer wieder, oder besser gesagt, so eine Art Validierung, die ganze Zeit, nee, nicht validieren, wie heißt denn das? Ich komme gerade nicht aufs Wort. Also wenn man das immer wieder versucht, so zu kalibrieren, so eine durchgehende Kalibrierung, du bist die ganze Zeit dabei, das Motorrad quasi so zu halten, wie es sich fahren muss. Weißt du, was ich meine? Genau, plus, es ist halt so, du gibst dem Motorrad die Richtung vor, wo es hinfahren soll, und dann drehst du halt am Gas an und gibst halt Vollgas. Und dann macht das Motorrad halt, fährt halt dann seinen Weg, den du halt, das geht jetzt zu tief. Aber was ich hinaus will ist, das ist alles schon ziemlich wilder Scheiß. Für Motorradfahrer, die länger fahren, ist das alles so, ja, okay, das muss man halt so machen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, für Außenstehende oder Leute, die da nicht so den Zugang für haben, das ist schon, ich bin danach auch fix und fertig immer. Das ist schon eine abgefahrene Sache. Aber selbst hier in diesem Falle, ist es für mich, also klar, als Außenstehender, ist es für mich so ein bisschen, verrückt, aber nicht in der negativen Wertung, so von wegen, du bist bekloppt, sondern eher in so einer, so, so, ich kann das überhaupt nicht begreifen, weil ich es ja nicht verstehe, weißt du, was ich meine? So, ich habe ja nicht annähernd irgendwie ein Gefühl dafür, wie es sein könnte, auf so einem Ding zu sitzen. Für mich ist das so, als wärst du, als hättest du irgendwie so eine Art Superkraft oder so, weißt du, was ich meine? Also für mich ist so eine Unvorstellbarkeit in meinem Kopf, dass ich so denke, ich kann es gar nicht greifen, was du da eigentlich machst und ich werde es auch nie verstehen können. Das Einzige, was ich verstehe, ist, dass du auf diesem Box sitzt und da diese Runden drehst und dementsprechend, weil ich es nicht verstehe, macht es mir natürlich auch eine gewisse kleine Angst, aber trotz alledem würde ich immer zu dir sagen, so go for it. Also so macht es und ich sehe ja auch, wie geil dich das macht. Ja, mir machte das wirklich, wirklich Spaß. Also ich habe da wirklich Spaß dran und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir für dieses Jahr jetzt endlich eine Airbag-Weste gekauft. Ach krass, das gibt es auch, ja. Ja, und zwar habe ich mir besorgt, vielleicht um dich auch ein bisschen, ne? Ne, also du kannst mich da nicht beruhigen, weil ich ja weiterhin nicht verstehe, wie man so schnell geht. Ich beruhige das selber so krass, weil ich nicht verstehe, wie ich die Jahre davor ohne fahren konnte. Und ich fahre jetzt ab dieses Jahr nur noch mit so einer Weste, die ziehst du dir halt um und die wird halt mit so einer Leine ans Motorrad befestigt und sobald du dich vom Motorrad entfernst, was ja bei einem Sturz passiert, bläst die sich halt auf. Ah krass. Und dann hast du halt zumindestens Oberkörper, Brustbereich und Nacken und so, ist halt alles gesichert. Also du kannst dir zumindestens nicht mehr hier, also klar kannst du immer noch. Ja, verstehe. Aber es ist interessant, weil ich mir gerade vorstelle, wie oft es Leuten passiert, die dann verhessen den Lübsel abzumachen, wenn sie absteigen. Passiert ein paar Mal. Das ist halt echt geil. Du steigst ab, willst du in den Bock, wo eine Stunde... Haben wir letztes Jahr einmal gesehen in der Box tatsächlich. Einer so... Und dann hörst du nur so... Scheiße. Das ist geil, Alter. Das würde ich gerne mal sehen. Und dann stehen die halt dann da so... Kann man die nochmal benutzen? Ja, es gibt... Ist das eine Einmalweste? Es gibt Hersteller, bei denen ist es einmalig so, dann musst du sie einschicken, dann werden die halt wieder neu gebraucht, also neu präpariert. Ach so, okay. Und das Modell, was ich aber habe, ist es so, dass du dann einfach für einen schmalen Thaler kaufst du dir so eine neue Gaskartusche, setzt sie ein und dann... Ist das so lustig, wenn die sich dann halt aufgeblasen hat, dann geht die Luft auch langsam so runter und dann hörst du dann immer so... Und dann stehen sie da so... Scheiße. Ja. Das... Wow. Okay. Also mein Fragenkatalog ist aufgebraucht. Mir ist jetzt gerade gar nichts... Also ich habe das, wie gesagt, heute nochmal aus einigen neuen Perspektiven betrachtet und ich bin unheimlich froh, dass du das überstanden hast und ich bin auch unheimlich froh darüber, dass... Ja, dass du damit so gut klarkommst und dass das irgendwie alles für dich... auch so... Dass du da drin so viel Positives gefunden hast. Ich muss eben... Krasse Sache einfach. Ich muss abschließend sagen, dass ich tatsächlich die Zeit, die ich im Krankenhaus gelegen habe, sehr genossen habe. Weil man sich so viele Sachen wünschen kann und weil man so viele Hefte bekommt? Ja, weil es alle drei Wochen zum Beispiel das Gleiche zu essen gibt. Ja. Nein, aber es war eine Zeit, muss ich sagen, wo ich mich sehr sicher und geborgen gefühlt habe. Krass. Das ist krass. Ich habe mich sehr gesichert und das ist ein Gefühl, was ich in meinem Alltag sehr, sehr selten verspüre. Sicherheit, Geborgenheit, Ruhe. Und das verbinde ich mit diesem Krankenhaus. Weil es ist für mich aber total nachvollziehbar. Weil das für mich der Ort war, wo ich komplett zerschmettert reingegangen bin und bin halt geheilt, sagen wir mal so, wieder rausgegangen. Und deshalb verbinde ich ja mit diesem Ort so eine Art Ruhe, Sicherheit, weil irgendwie so... Da kann mir nichts passieren. Ich werde hier wieder gesund. Krass. Und ich habe auch gar kein Problem mit Krankenhäusern. Das stört mich alles überhaupt nicht. Ich habe da auch gar kein Problem, wenn ich jetzt an dem... Ich fahre ja manchmal noch an dem Krankenhaus vorbei. Ich gucke da ganz aufgeregt hin und bin so, ah krass, hier hast du gelegen und lustig und so. Ich würde auch voll gerne nochmal auf die Station gehen. Also ich bin wirklich, was das alles angeht, ich habe da überhaupt gar keinen Gräuel oder so. Was ich ehrlich bin, ich hätte mir das alles sparen können. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen bereuen, weil bereuen ein bisschen zu viel ist, aber ich denke mir schon manchmal... Ja, das war ein Unfall. Ein Unfall zu bereuen ist ja auch irgendwie ein bisschen schwer am Ende des Tages. Aber ich denke mir so, man, nee. Das ist ja nicht mit Absicht gemacht. Ja, aber hätte ich mir... Sagen wir mal, das ist die Extremversion von dumm gelaufen. So eine Situation, wo du so danach denkst, wo du so ein bisschen mehr denkst als Achmano. Weißt du, so ein bisschen Achmano mal 10 oder vielleicht Achmano hoch 10. Ja, ich bin trotzdem sehr happy, dass wir jetzt hier 15 Jahre später sitzen, zusammen diesen Podcast machen und vor allen Dingen, dass du da so offen drüber geredet hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der Redeanteil war diese Folge tatsächlich bei dir höher und ich habe das sehr genossen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hing dir an den Lippen. Also ohne Scheiß. Nee, echt? Das sagt man doch so. Ich verstehe schon, was du meinst, aber das ist so witzig, dass du gerade so... Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das gerade so ein bisschen... Wäre witziger, wenn du Schamlippen hättest, aber in dem Fall... Patrick, kann ich gerade sagen. Oh mein Mann. Hast du dich selber ermahnt gerade? Von... Nee, immer auf. Ein Schelm. So. Nee, ich habe dir wirklich an die Lippen gehangen, weil es echt eine krasse, spannende Geschichte irgendwie auch ist und eine wahnsinnig aufregende Geschichte auch. Und ja, damit würde ich ganz gerne dir zum Abschluss nochmal die Rezeptor übergeben. Soll ich nochmal reden oder willst du die Abmoderation machen, damit du noch ein bisschen Love Time hast? Nee, nee, gar nicht. Gar nicht. Ich habe das sehr genossen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir meine Aufmerksamkeit, die ich auch brauche in diesem Podcast, heute durch die unfassbar intelligenten und klugen Fragen, die ich dir gestellt habe, geholt. Das stimmt. Vielleicht, vielleicht, weißt du, was sagst du so zu meinen Interviewfähigkeiten? Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist halt auch das Ding, dass die Leute dann sagen, vielleicht interessieren sich die Leute gar nicht für meine Geschichte. Vielleicht ruft Markus dann nächste Woche bei anderen und sagt so, ey, ich habe jetzt Ritschi rausgeschmissen, wir machen den Podcast mit dir. Keine Ahnung, was mit deinem Kumpel da mit dem Unfall ist, ist mir real, aber wie du das moderiert hast. Ey, stell dir mal vor, ich würde mit Markus Lanz zusammen diesen Podcast machen, weil der fragt ja auch die ganze Zeit. Das ist ja auch immer so ein Problem, er steht ja nur Fragen und redet immer sehr wenig über sich. Und ich glaube, wenn Markus Lanz und Icke dann in dieser Situation, wir würden uns gegenseitig interviewen, dann würde Raumzeit kontinuiert einfach zusammenbrechen. So ein bisschen wie Harry Potter und Voldemort, die dann ihre Zauberstäbe aneinander reiben. Ja, da habe ich heute wieder, da gibt es, es gibt doch diesen Joke, es gibt doch diesen Joke, wo so ein Typ, ein Kumpel zu sich nach Hause einlädt und zu dem aber vorher sagt, ey, pass mal auf, mein Vater, der ist ziemlich schwerhörig, du musst mit dem ziemlich laut sprechen und dann aber vorher noch zu seinem Vater hingeht und sagt, ey, mein Kumpel, der jetzt hier gleich kommt, der ist ein bisschen schwer vom Begriff, kann sein, dass der ein bisschen komisch drauf ist und dann lässt er diese Situation so passieren. Weißt du so? Voll geil. Oder wie mit diesen zwei Psychiatern, die sich treffen, die man vorher sagt, der andere hat eine psychische Krankheit und bildet sich ein, dass er Psychiater ist und dann therapiert sich gegenseitig. Und ich glaube, so werde mit mir und Markus Lanz aber auch nur auf diese Folge bezogen, also sonst quatsch ich ja auch viel und du fragst. Freunde, also, oh, huh, liebe hübsche Söhne innen und innenen, wir freuen uns so dermaßen, dass ihr wieder eine Stunde mit dabei wart, heute mit einer sehr doch schon intim und heftigen Folge. Wir würden uns ganz toll freuen, wenn ihr, stand jetzt, eure Spotify-App aufmacht, random aus den Top Ten einfach einen Podcast rausnehmt, egal welcher das ist, egal welches Genre, ist es egal und ihr gebt diesem Podcast einen Stern. Weil das bringt uns auch viel, weil wir haben nämlich fünf Sterne. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf Apple Podcasts, wir können, wir sind für euch da auf Instagram, da könnt ihr uns folgen, ihr könnt uns immer Nachrichten schreiben, ihr habt Fragen, schreibt uns eine Nachricht, ihr habt eine Idee für eine neue Folge, schreibt uns eine Nachricht, ihr wollt uns beleidigen, schreibt uns eine Nachricht, schreibt noch eine Nachricht, schreibt noch eine Nachricht, wir sind immer für euch am Start, wir sind, ey, Abmord ist richtig schwer. Ja, aber du machst das so gut gerade, findest du? Entweder bin ich heute ein bisschen geil auf dich und hänge sowieso ein bisschen rein, ich war vor drei Tagen erst duschen, oder du machst das wirklich gut einfach. Weiß ich nicht. Leute, ganz einfache Ding jetzt, kommt auf Instagram, lasst ein Like da, geht auf Spotify, lasst einen Stern da oder fünf und wir freuen uns, wenn ihr jede Woche, Mittwoch bei uns einschaltet und unseren tollen Podcast hört. Küsschen. Tschüss. Ihr Ficker. Irgendwann. Lass mich doch mit das sagen. Soll ich das nicht mehr sagen? Nee, sag es. Sag es. Meinst du das auch vom Herzen? Ja, nee, weil... Weil ich meine es nämlich auch vom Herzen, wenn ich sage. Ein großes Credo in meinem Leben ist, dass ich möchte, dass alle Menschen, die mit mir so zu tun haben, die um mich rum sind, dass sie so sein können, wie sie sind. Und wenn das dein Bedürfnis ist, am Ende in einer Podcast-Lose, sollte die Leute nochmal zu beleidigen. Ich beleidige die ja nicht. Wieso denn? Nein, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ich finde, dass es ja eigentlich eher so ein cooles, erhebendes Wort ist. Ja, kann ja auch ein Lob sein. Ich finde viel interessanter, wie du immer Spotify aussprichst, weil da kommt immer so der Hamburger an die hoch. Spotify. Wir gehen mal auf Spotify, Digga. Ja, das ist meine Olli-Schulz-Imitation. Achso. Ich gehe mal auf Spotify hier. Aber die Frage, warte mal, aber ich habe überlegt jetzt gerade bei der Abmoderation, ne? Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich auch die ganze Zeit überlegt, aber du hast mich heute so ein bisschen in deinen Bann gezwungen. Ja. Vielleicht bin ich, vielleicht ist, vielleicht ist, vielleicht hast du die treibende Kraft in diesem Podcast. Nee, weißt du, was ich manchmal glaube? Ich traue mich gar nicht auszusprechen, aber ich spreche es jetzt mal aus. Ich glaube, ich bin Gott. Ich glaube, ich bin zu etwas Höherem geboren. Nee, aber ich glaube manchmal, dass rein theoretisch, du bist nämlich, glaube ich, insofern der Intelligentere von uns beiden, dass du geile Fragen stellen kannst. Aha. Ich glaube, du kannst geile Fragen stellen, die nochmal so einen kleinen Kniff in sich haben. Ne? Ja. Und ich glaube, ich bin halt so eine alte Labertasche, dass ich dann so, na, 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 na.